Und damit herzlich willkommen zurück zu It Takes Two. Ich muss mich auch übergeben. Sarah, mein Kopf fimmert gerade so richtig. Ich hab Clay gekotzt. Oh, da ist der Elefant. Das ist easy, ja. Also ich würd's nicht machen. Naja, das merk ich ja immer wieder. Ach, ich muss wieder alles machen hier, ja. Warte mal, die Barrier ist irgendwie hier, äh, hier ist was drin? Hier wahrscheinlich. Ja, wir müssen da hochhangeln, nehm ich an. Nee. Ja, aber die Barrier, die Dings muss weg hier, diese, damit wir was machen können. Äh, die müssen da rein, glaub ich. Ja. Hast du da irgendeinen Knopf, oder? Äh, ne, 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 jetzt geht's, jetzt machen die was, warte mal. Ist das automatisch? Aber wir brauchen noch einen, äh, warte mal, ach so, jetzt, ach so. Ja, das hat sich gedreht, damit wir da weiter können. Ja, aber wir brauchen noch eine andere Puppe. Irgendwo muss noch einer sein. Ja, oder müssen wir die eventuell... Kann man die nehmen auf den anderen, steckt die da drauf? Nein. Och, Leute. Ernsthaft. Ja, das, das ist working, das ist working. Ne, ne, das ist nicht working. Wir brauchen wirklich einen dritten. Ach, guck mal, die ist verliebt, die Puppe. Ach so, warte mal, dann nehmen wir den hier, vielleicht. Ah, stimmt. Ne, den kann ich nicht mehr nehmen. Äh, da muss doch ein anderer irgendwo sein. Ach, hier oben. Da hinten, in der Ecke. Oh, wie kommen wir denn da hin? Ach so, du bist schon da, wö? Kannst du da springen? Ja. Ach, du kannst ja direkt... Ach, verstehe. Okay. Ein bisschen Überblick hier verschaffen. Da oben haben wir noch ein paar Buschka-Puppen. Ich glaube, in dem ist sie verliebt, hier, in den hier. In den Schaffner, ach so schön. Ja. Oder doch nicht, weil er hat Sonne hier aufgemacht. Äh, irgendwie sind das die falschen... Gibt's noch mehr? Da oben ist auch noch was. Ich glaube, wir haben die falschen Puppen genommen. Die kann man nicht mehr nehmen, ja? Warte mal, da oben sind noch eher die Buschka. Aber da oben ist ein Flugzeug. Da kannst du rumhangeln, auf jeden Fall. Hier kannst du auch rumhangeln. Uh, was war das? Ja, und hier kannst du sterben. Uh. Oh. Ich seh ja auch nix. Mann, geh doch mal da drauf. Oh, nein! Lass mich raus, ich bin gefangen. Ich hab keine Zeit, ich muss hier gucken. Da hinten ist noch ein Püppchen, ja? Oh, was jetzt? Äh. Keine Ahnung, was ich jetzt hier rein- und rauszoomen soll. Ich denke gerade irgendwie, wo bist du? Bei den Püppchen, das ist bestimmt der. Bin ich mir ziemlich sicher, der sieht aus wie ein netter Kerl. Das andere ist ja nur ein Schaffner. Kannst du den mal rausnehmen? Wo bist denn du? Warte mal, ja. Aber wo sollten wir den dann... Der Schaffner muss doch normalerweise auch irgendwo hin. Nee, nee, der muss ja auch rein, ja, aber... Äh, bei mir kommt kein Y. Nee. Aber ich sehe jetzt das Y. Ja, ich nicht. Da muss deine... Stimmt dann, die passt dann wohl da rein. Da muss der aber woanders hin. Warte mal, oder muss der hier hin? Warte mal. Ich versuch mal jetzt. Ne, hier, bei der Anstelle von ihr? Naja. Geht auch nicht. Dann scheint es wirklich so zu sein. Warte mal, der ist fix. Den kann man gar nicht bewegen. Aber ich kann die beide bewegen hier noch. Also, warte mal. Ja, probier doch mal. Aber ich kann den... Wie kann man denn den Hinwerf ablegen? B, warte mal, ich kann das machen. Hä? So. Oh, komm mal. Wieso kommt bei mir dann kein Y? Ach, da kommt der Schaffner. Machst du? Ja, ja. Meine ich doch, der muss dann hier irgendwas, äh... Du musst Y drücken, oder ich? Ja, drücke ich die ganze Zeit. Achso, wir müssen beide Y drücken, also... Woaah! This doesn't look like the way to the castle! Told you to trust me! Ah, Jurassic Park! Oh, krass! It's beautiful! Sure is. And it takes us straight to the castle! Das sieht schon geil aus. Oh, oh! Das sieht irgendwie... Ich geh mal da hin. Okay, ich dachte, es sah jetzt so aus. Warte, bleib doch mal stehen! Ja, ich muss den Knochen da holen. Ja, vielleicht muss ich aber mit. Das weißt du doch nicht. Warte mal, so geht's nicht. Warte mal, ich muss da runter. Außerdem glaube ich nicht, dass du die holen musst, weil die sind hier überall... Achso, warte mal. Nee, du musst da hoch. Du musst da hoch. Da ist aber ein kleiner, pieksiger Dinosaurier. Ich spaß damit. Mit dem pieksigen Dinosaurier. Achte, mach dir mal hoch! Das ist ein Stegosaurus, der kann das. Komm mal runter. Nee, kannst du das runter machen? Ich kann da vielleicht gegen machen. Warte mal, nee. Nee, warte mal. Kann ich hier noch was machen? Warte mal. Aber warte, hier kann... Nee, da kann ich wieder was bauen. Ja, ich habe das Ding eigentlich hier links, wo du dran musst, aber... Kann das sein, dass du rausgehen musst und drüber springen musst da? Dass du da nicht weiter kannst erst mal? Oh! Achso, jetzt... Ah! Warte mal, warte mal. Halt mal fest. Ja, habe ich. Achso, ich muss es festhalten, okay? Ja, ja, ja. Aber jetzt? Achso, kannst du hochheben noch, okay. Jetzt mach ich runter. Arsch, arsch, arsch. So, warte mal. Ich muss bei... Das ist wieder falsch rum, warte mal. Ich schaue mal eben. Oh, nee, das war zu spät. Nein, nein, das eine musst du festhalten erst mal. Warte. Achso, dann geht... Aber das ist... Hä? Nee, nee. Eigentlich musst du bei... Achso, warte mal. Nee, nee, doch. Nee, nee, komm. Ja, aber das Problem ist, ich muss hier noch drücken, damit das hinten sich dreht. Weißt du, was ich meine? Aber vielleicht geht das hoch, wenn du drauf gehst und ich drüber schiebe. Nee, warte mal. Das muss ich gar nicht drehen. Und ich bin auch, du blöd. Oder? Da kann ich doch so drüber laufen. Dafür brauchen wir das. Ah, okay. Jetzt musst du mich hochheben. Okay, aber wie mache ich das? Achso, nee, warte mal. Warte mal. Lass mich nochmal runter. Warum? Aber halt das fest, wenn ich unten drauf drücke. Komm doch nicht. Hä, warte mal. Also von der Bewegung da würde ich sagen, du bist echt mit Spielzeug dran. Halt es fest, halt es fest. So, jetzt hoch. Warte, da brauchst du, glaube ich. Ah, nee, ich muss erst mal nach unten, glaube ich, ne? Äh, da ist nämlich was. Aber das ist doch richtig gedreht oben, oder? Warte mal, was passiert denn, wenn ich es so mache? Da wird die andere Seite umgedreht. Aber genau, das ist ja okay. So muss es aber sein. Du musst ja, ich schiebe das mittlere, kann ich rüberschieben in die Richtung. Ach so. Ja, ja, okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das kannst du nicht, aber du, nein, du kannst es nicht nach hier schieben, das ist gesperrt. Ach stimmt, das geht nur in die Richtung, ne? Aber kannst du nicht springen? Nee, 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 warte mal. Halt es mal fest. Ach so, warte mal, das geht dann nicht. Nee, nee, lass mich erst mal runter, so. Ja, ja, warte, lass mich nicht mal runter. Das kann sich ja nicht drehen. Und dann halt es, äh, genau, das hält es mal fest. So, und das kann sich nicht drehen, ne, genau. Ja, doch, ich kann ihn nicht mehr rumfahren. Das hat sich auch gedreht. Ja, aber du kannst ja nicht beide gleichzeitig festhalten. Warte, warte, warte mal, warte mal. Aber ich kann das festhalten, vielleicht, das ist erstmal. Mach mal, hau noch mal, hau mal bitte. Nee, nee, warte mal, dann sind beide vorne. Ja, aber du kannst. Du musst alle auf einer Seite haben. Und wenn es hinten, das ist nicht schlimm, dann drehe ich die wieder nach vorne. Weißt du, was ich meine? Hm. Das Problem ist, das kannst du jetzt. Doch. Nee, dann ist das unten ja wieder gedreht. Ähm. Du bist an X dran. Lass mal los. Äh, warte mal. Und dann. Wenn er müsste ich dir festhalten. Ja, dann halt das mal fest, genau. So, jetzt haben wir alle, ne? Naja, jetzt sind alle auf einer Reihe, auf einer Reihe. Ja, hol mich mal hoch, bitte. Boah, kann der auch schneller gehen? Das erinnert mich an dieses, ganz früher, da gab es ja mal so ein komisches Pärchenspiel irgendwie auf RTL oder sowas, keine Ahnung. Ähm. Da musstest du, da musstest du, ähm, doch habe ich als Kind mal gerne geguckt. Da musstest du, ähm, dein Partner mal anweisen und der durfte da nicht an die Ränder dran kommen. Daran erinnert mich das jetzt gerade, keine Ahnung warum. Naaaaaah. Boah. Nein. Achso. Ah, warte, bleib oben. Ja, 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 ja. Ich gehe jetzt runter, dann habe ich dich, bin ich nicht los. Ja, aber was, was, komme ich jetzt zu dir? Nee, warte mal. Was ist denn da auf der anderen Seite? Ich sehe hier nicht, ich kann da nicht hin. Ja, warte mal, warte mal, ich muss mal, ich muss mal. Kannst du das unten schieben, nach links? Ja. Aber das bleibt nicht da, glaube ich, warte mal, oder? Nee, es geht zurück. Ach so, ich weiß, was ich machen muss. Ach du Scheiß, das will, nein, ich will nicht rausgehen. Ich muss das ganz rüber schieben und dann muss ich hochgehen und du musst sofort da drauf springen. Nee, 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 kann ich mich nicht eventuell an der Wand festhalten? Für einen kurzen Moment? Ja, aber hast du ja nicht. Doch, doch, dass ich da, wo das grün ist, senkrecht, dass ich da langsam runterrutsche und du bleibst dann unten rechts dran. Geh mal ein bisschen nach rechts. Nee. Ja, noch ein bisschen. Du bleibst dann da, also nicht da drunter, aber du bleibst dann da auf der Höhe mit dem. Ja, aber... Wenn ich da runterrutschen kann, müssen wir mal ausprobieren. Lass das mal los. Los. Hebt das mal hoch, aber so hoch wie du kannst am besten. Äh, nee, nicht ganz so hoch wie du kannst. Über geht's eh nicht. Okay, und dann, wenn du jetzt loslässt, dann holst du unten das bis zur Mitte sozusagen. Lass du, dass das da dran kommen. Nein! Ach, äh... Schnell, 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 schnell. Ja, äh, greift's nicht. Jetzt. Oh, warte. Aber das Problem ist... Aber ich komm jetzt hier... Ach doch, du musst da rüber gehen. Du musst hier links rum. Ach ja, klar. Das ist ja jetzt... Ach, ich guck die ganze Zeit bei dir. Okay. Das ist auf der anderen Seite. Das ist auf der... Nee, das ist nur auf der anderen Seite. Du musst da... Also, ihr könnt zu hoch gehen. Ach, hoch springen. Ja, Moment, ich muss mal bei dir gucken. Da muss ich dann dran und rüber springen wahrscheinlich, ne? Und dann rüber zur anderen Seite, ja, ja. Äh, warte mal. Was bewegst du jetzt? Die rechte Seite. Nein! Ach, warte mal. Die andere Seite kann ich aber nicht bewegen. Oder warte mal. Ähm, lass mich mal kurz was gucken. Ja, so komm ich nicht, Baba. Also, der geht nur hoch. Der macht an der anderen Seite. Ja, du sollst auch nicht hoch. Du sollst das Ding festhalten. Ja, ich halte es mal da fest an der Stelle. Geht das? Ja, da komm ich nicht mehr hin. So? Kannst du das nicht noch höher machen? Ja, ich kann es ganz hoch machen, aber... Ja, das ist gut. Dann machst du es gleich ganz hoch, wenn ich da dran hänge. Geh mal runter. Weil du musst unten sein, sonst komm ich da nicht ran. Und jetzt ganz hoch... Nein! Ja, du musst ja nicht springen. Ja, ich habe einmal zu viel gedrückt. Schnell, 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 schnell. Oh. Okay, das kannst du hoch machen, ne? Jetzt seh... Achso, aber ich seh was. Oh! Wir können weiterfahren. Das sieht aus wie sehr, oder? Wow. Try a mint. All right, coming through. Warum hüppst du immer so? Du fließt gleich weg. Ja, ich bin ja auch viel leichter. Oh, oh. Äh. Oh. Okay, das ist ein geiles Kinderzimmer, mit diesen Feuer und Drachen, äh, und, und, und... Explosionen hier. Ah! 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 Okay. Du musst die andere Seite nehmen. Wir sind jetzt die Mäuse im Käfig. Ja. Ja, well, look on the bright side. At least all the toys that I bought Rose are finally coming in handy. Yeah. Like that one over there. Äh. Ja, it's just a... Ja, viel verstanden habe ich von den zwei jetzt nicht. Achso, das sind die. Okay. Ah, kannst du doch. Beides. Okay. Aber wo müssen wir jetzt hin? Da rechts die Tür wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Ja, du steuerst nicht nach rechts, irgendwie. Nein, jetzt ist die Stiege abschießen. Die schießen noch auf uns. Wir müssen aber kaputt machen. Nicht nach links. Boah, ich muss mich hier voll konzentrieren. Du auch? Boah. Ja. Der auch. Warte doch. Das ist doch nicht nah genug. Das sind zwei, ne? Denk dran. Okay. 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 Ja, das war mir klar. Das war ja vorher auch so. Oh, das ist aber gar nicht so viel hier. Volle Breitseite. Yay. Oh, die haben uns getroffen kurz, aber es war nichts Schlimmes. Oh, aber die haben gut Schaden gemacht. Ja, ja, ein bisschen. Ich will nicht hoffen, dass wir im Wasser kämpfen müssen. Ja, natürlich. Das ist jetzt schon mal so ein... Oh, nee. We come in peace. Komm, wir machen erst mal den einen Platz hier. Warte mal. Ne, nicht das. Warte, das machst du, wenn... Wir kommen ja nicht vorwärts. Ja, komm, wir nehmen den in das Korb. Das war ein guter Tag. Bleib hier. Ja, rückwärts. Komm, wir rückwärts. Wir schießen. Wir können aber nicht mehr auf uns schießen. Ja, wir sind gleich kaputt. Nein. Jetzt sind wir hier weg. Natürlich sind wir gleich kaputt. Guck dir mal an, wie wir aussehen. Ja, aber wir haben so viele gekillt. Warte mal, vielleicht müssen wir die Dinger ja alle kaputt machen. Ich weiß es nicht. Aber ohne uns dabei kaputt zu machen. Jetzt wird's scheiße, glaube ich. Hm, wenn jetzt noch welche kommen, auf jeden Fall. Aber wir haben wieder mehr Leben, oder? Ne. Oh, guck mal. Pinguine. Aber die sind auch böse. Aber die sind böse. Das sind die aus Madagaskar. Oh, ja, tatsächlich. Aua. Aber die tun nichts. Naja, komm. Was ist das denn da hinten? Das sieht nicht gut aus. Wieso bewegen wir uns nicht? Das ist das Ding langsam. Oha. Oh, wir sind kurz vorm Sterben. Ja, der hat uns auch angehittet. Wir haben ihn aber auch wieder ein bisschen weggemacht. Ja, aber beim nächsten Treffer sind wir down. Jetzt. Ja, mal klar. Warum ist das Ding jetzt noch nach links gegangen am Ende? Sonst wäre der Treffer wahrscheinlich gewesen und wir hätten es geschafft. Geh zurück. Hast du Glück gehabt, dass wir dabei jetzt nicht explodiert sind? Wir haben auch jetzt volles Leben diesmal. Ja, aber hätten wir nicht mehr gehabt, wenn wir jetzt vor einer Explosion kaputt gegangen wären. Das ist die Pinguine. Darum geht's ja. Obwohl, die sehen böse aus. Mit diesen aufgedrehten. Ja, ich denke nur an den Pinguinen von Batman. Das sind komische Tiere. Können wir nicht links rum? Ja, aber meinst du, da ist der nicht. Da kommt der ja auch. Einfach mal ruf hier. Links rum. Da sagst du wahrscheinlich, ja siehst du, jetzt hat's geklappt. Aber wir haben ja auch volles Leben. Oh, klar schon. Nein, wieso gehst du nach links? Ich bin nicht nach links gegangen. Ja, geil. Haben wir jetzt was abgezogen gekommen, weil wir da an dem Strand entlang sind oder was? Was ist das denn für eine Fatsch? Wir kommen jetzt da durch. Wir schießen. Die eben auch. Ach so. Das Problem ist nur, dass das Boot so am Wackeln ist. Ich bin immer nach geradeaus am Rücken. Ich bin immer nach geradeaus am Rücken. Ich bin immer nach geradeaus am Rücken. Es ist nicht ugly in real life. Es ist super cute und huggable. Hey, Mr. Octopus. Don't listen to her. You are super cute. And you have such beautiful arms. Do you work out? Please let us go. Schnell hier auf das Ding wieder drauf. Oder? Ja, genau. Wo bin ich? Ah, wir müssen uns drehen. Können wir auf den schießen? Ja. Links, links. Ja, ja, ja. Wieder auf ihn. Wahrscheinlich rechts wieder jetzt gleich. Das wäre zu einfach, oder? Nee, nee, nee. Schieß auf ihn, ne? Nee, was machst du? Nicht so weit machen. Ja, ja, ja. Jetzt wird er böse. Jetzt wird er böse. Aua. Nein, wir sind jetzt... Äh, wir sind nicht freundlich, Ducks. Keep them away. Boah. Im Dynamit drin, das siehst du? Ja, ja. Au. Baller drauf. Links, links. Nein. Nein. Oh, ja. You all right, me? My head's spinning. I'm still on. Warte mal. Der links ballert, äh, der rechts ballert aber auch gegen uns irgendwie. Aber ich denke, dass die schlimmer sind. Oh. 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 Nein. Okay. Die Strömung auch ist. Baller auf den Kratten und auf das Ding. Nein. Auf das... Ich will nach links, damit der uns eben nicht so kriegt. Ja, 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 ja. Aber das ging nicht mehr. Komm schon. Boah. War das gerade eine Zunge, oder war das gerade der Kopf? Ja. Eigentlich würde ich jetzt sagen, das ist der Endgegner. Mh, mh. Wenn wir jetzt mal, oder? Mh, mh. Muss schon drücken. Ich dachte, du wolltest doch was sagen. Ja, dass ich einen Cut machen wollte, aber... Du hast ja gesagt, weil wir jetzt bei 40 Minuten sind. Schauen wir mal, wo wir jetzt noch auskommen. Oh, oh. Oh. Das ist so cool. Du hast es auch nicht gefühlt. Ja? Das Schlimmste. Aber wir überlebt. Ich hoffe, dass wir überlebt. Oh, was ist das? Die Brücke solltest du auf sein? Oh, es ist winch von einem Ballon. Hey, das ist Ballon Rose. Oh, ja. Ich liebe diesen Ballon. Warum hast du das gekriegt? Jetzt können wir den Elefanten. Da muss man einen Weg um die Brücke zu reduzieren. Oh! Hey, da! Hey. Die Brücke ist nur für die Besucher zum Kasteln. Oh, gut. Wir sind zum Kasteln. Sind Sie hier für die Queen? Nein, nein, nein. Wir sind hier für den Elefanten. Welchen Elefanten? Oh, die Lieblingsfrau der Rose. Der Elefanten da. Oh, das ist die Queen. Oh, Gott, das ist richtig. Oh, ja. Rose, uh, gave the Elefanten a crown. You know, a Queen's crown. So Rose made the Elefanten into a Queen? Ja, ich denke so. So, es ist ihr Lieblingsfrau. Oh, perfekt. So, jetzt sind wir die Queen. Oh, pardon. Killing who? Nein, 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 nein. Sie sagte, Chilling. Ja, Chilling mit der Queen. We are really looking forward to chilling with her, right? I see. Well, all visitors must prove themselves worthy of an audience with the Queen. Get a ball over there and use it to pop the balloon. And then you will be granted access to the castle. Great. Thank you. Yeah, let's go pop that creepy balloon. Was, wir sollen den Ballon poppen? Okay. Okay. Ja. Und mit dem Platzen des Ballons, was wir natürlich noch nicht geschafft haben, würde ich sagen, machen wir jetzt trotzdem endlich mal einen kleinen Cut. Weil, äh, wolltest du mich jetzt suchen? Weil du bist ja irgendwie so total wirr in der Gegend am herumlaufen. Und hast jetzt noch nicht mal mehr geschafft, neben mich zu stoppen. Das ist mal wieder... Ja, ich schätze, für ein Epi wird's heute wirklich zu spät. Deswegen sage ich jetzt einfach mal kurz und knapp bis zur nächsten Folge. Dann wird's richtig bunt und eklig. Es geht um Clowns. Bis dann. Ciao. Bis dann, ciao.